es ist weg was er hat unterschiedliche tägliche tötungen zum bursch mit reparaturkanister und müsste scheinbar 46 da ist wieder ein sohn bei mir sind schon zwei man dran auf drauf trommeln und tot ist nur einfach auf dem kamm stehen bleiben bisschen links und da hinten kommen immer welche das ist deswegen stehen die da runter da unten weil ich fliege jeder nur ein kreuz hat hier schauplatz auf genauer untersuchen kämpft uns überleben bei meiner kraft bei der wenigstens noch ein paar mehr aber das ganze falle die zwei kraft hier hier noch ein in gesprung stet ja ja was ist das Hopp. Bei mir steht wieder ein Banner. Weil ich mich halt immer in gewissen Gebiet orientiere und in keine riesen Kreise laufen. Oben drüber, über den Kamm hier drüber. Ein Sohn und noch ein Sohn. Schieß den obere mal an. Alles klar. Den unteren erschieße Schitz. Plopp. Ober hat nichts bei. Ich würde hier unten fauchen. Nee. Aber nichts. Brauchst du noch was? Oh, das Ding ist wieder da. Genau. Zack. Vielleicht kann ich auch nochmal an dem komischen Kalb da rumdrehen. Für eine Herausforderung. Wenn du schon hast, dann eher nicht. Hm. Hier am Berg sind aber, ich glaub die Viecher zählen auch. Wart mal. Ja. Ne zählen nicht. Sind andere. Die vorne raus. Die zählen aber zu nem anderen. Hast du das bei dir? Ja. Ja. Wenn ich doch hingehe, hab ich das. Ja. Das ist aber erstmal drin. Das ist besser als würden die Drops klauen. Hahaha. Das ist besser als würden die Drops klauen. Na Klauen, Dutchke. Die Klauen. Die Klauen. Äh. Die Drogenklauen. Und die Klauenklauen. Und die Klauenklauen. So nicht. Die Klauen nicht. Hier steht's noch. Ja dann. Kommen sie mal. Dann. Kommen sie mal rüber. Ich mag wie das aussieht. Komm doch mal rüber. Da unterwegs. Muss bloß noch eine Knoblauchknolle abdrehen. Hm. Inklusive Löwenzahn. Gut. Besiegt Sönes Warners Brecht. Ihre Banner haben vernichtet worden sein. Das ändert sich. Das ist ja. Ganz was anderes wie vorher das. Ja. Aber eindeutig. Er schießt ihre Hunde. Genau. Da ist ja noch einer. Ich wollte gerade noch mal auf deinen schießen. Oh nein. Oh nein. Ja ich wusste auch nicht, dass du noch auf einen schießt. Haha. Ich hab mich nur umgedreht. Da war noch einer. Hier die Söhne gehen doch hier spazieren. Die Söhne Mannheims. Ernichtet die Banner der Söhne Mannheims. Ah. Nabernd. Schönen Abendmorf. Nabernd. Die Söhne Mannheims. Ja. Wir töten die Söhne Mannheims. Haha. Warum? Weil es muss. Ich hätte gerne in dem CWA ein Duro durchgelassen. Nein. Ein was hättest du überwissen. Aber der ist ja gar nicht mehr da. Der ist ja nicht mehr dabei. Der ist ja nicht mehr dabei. Du hast zu viel Fachwissen drauf. Achso. Haha. Du weißt zu viel du kommst in die Suppe. Ja. Oh jetzt kann ich erst mal downloaden. Aber ey. Das will wahr sein. Für alle die den Morph nicht kennen. Der Morph spielt schon länger mit uns. Aufnahme läuft. Zur Info. Achso. Wunderschön machen. Fahne Zuhörer. 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 Webradio. Ah Mist. Bin ich denn gleich tot? Jetzt will ich entsprechen. Jetzt will ich dir. Seine Sauerei. Ich hab aber erst auf den entfernten Typ geschossen. Entschuldigen sie. Hier oben gibt es ein Aussichts. Ja. Oh okay. Ja. Mir egal. Helm du hast gestern irgendeine Seite. Wo man nachschauen konnte welches Vieh. Was duft. Werft. Naja. Wiki. Kannst du dir die mal linken? Nein. Kann ich im Moment nicht. Äh. Äh. Äußerst ungern. Weil ich Angst habe dass er alles abschmiert. Ja alles klar. Äh. Guild Wars 2 Wiki. Google mal danach. Chef. Und dann guckst du bei Handwerk. Bin ich jetzt noch dreimal den Baumstamm rumflogen? Nein. 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 Nicht genau seitlich. Jetzt haben wir es. Wir mussten das erst dreimal machen. Oh. Schöne Aussicht. So wink in die Kamera. Im Vorbeiflug. Das zeigt er natürlich gar nicht. Da unten ist ein feistes Gemetzel. Siehst du das? Oh, ein bisschen. So. Da unten ist ein. Nur Mannheims. Kann ich von hier aus in den Kopf schießen? Dann müssten wir mal. Ich kann von hier aus beschießen. Der ist tot. Der Mistbock. Hat um die Ecke gewirbelt. Konne ich nicht mehr beschießen. So, jetzt aber. Zack. Da, Event, Event, Event. Oh, oh, die starten alle hier. Hilfe. Erstmal mit heilloser Flucht oder irgend sowas. Quatsch. Kampf. Der Plan. Wir kämpfen. Wir kämpfen. Weißen wir nach. Wir kämpfen. Jetzt bin ich wieder voll. Eine klug Scheiße haben wir hier. Silber. Aufheben. Oh, hier sind wir optimal. Das Gebiet müssen wir merken. Hier fällt alles. Die kleinen Totems, Fangzähne, nur Blut nicht. Jo, hast recht, geht weiter. Äh? Sturm. Oh, hier sind auch viele. Was sollen wir uns sagen? Auch hier, das ist komische Ding. Das ist für mich. Was da wollen wir denn jetzt drüber? Zack. Ja. Was? Oh, nein, nein. Oh, nein, nein. Oh, nein, nein. Oh, nein, nein. Oh, nein. Oh, nein, nein. Du musst dich nicht darum symbolieren? Weil da ganz viele Viecher raus kamen. Ach so, und ich habe die ganze Zeit Bomben voran gelegt an das Pfeil, durch die Tool-Entwicklung und dann meine ich natürlich zu einem Schaden. Und dann soll ich vielleicht schon neben alles. Wo bist du denn? Vielleicht lebst du wieder? Ja. Fetzerei. Herzscherbich. Eisen abhacken. Wieso ist er denn ste- Oh oh! Warte, ich habe kein Sammlerwerkzeug mehr. Ich bin doch so die ganzen Massen in den Ränder und wir werden dort stets Eis. Ja. Oh, ich habe wieder schön Steinchen gefunden, da kann ich mich noch weiter basteln. So, woher müssen wir denn nur wieder? So, woher müssen wir denn nur wieder? Ja. Ja. Wo denn? Ja. Weg mal gefrost wird, den habe ich immer noch nicht. Da sind wir schon dreimal drum herum gerannt. Ja, dann hol ich den mal. Ich habe den schon. Ah, die Jutschke ist ja schnell. Ich kümmere mich um den da. Silber. Was für ein Level habt ihr im Moment? Ich von 20. 29. Kommst du auch mal das Silber vom Tacken? Ja, ich komme. Ich eile mich. Oh, du bist getroffen. Na klar. Wer da an den, du vorbeigerannt bist, der hat sich getroffen. Mich hat hier etwas getroffen. Der rennt drei Meter am Mob vorbei. Ja. Etwas hat mich hier getroffen. Das verwundert mich aber. Ja, das kam aber auch nicht vor. Nachkampf angepasst. Nö. Der blieb ja stehen. Das ist ein Caster. Genau. Ich weiß es wo genau. Ey, ich habe es geschafft. Den dritten an Lauf bis zum Wegpunkt zurück. Dann können wir ja um den Berg drum herum laufen hier. Muss man dann hin? Na. Norden. Hier drum herum. Oh, jetzt können wir es mal gucken. Gibt hier ein Eisbären, Jungs? Eisbären, Jungs? Natürlich nicht. Du bist so lange Hausschwein nicht mehr. Tja, doch. Äh, immer zur Zeit nicht. Im Moment behalte ich den Spooky-Krebs hier. Ich habe so einen. Was ist da? Skorpionart ist hier. Skorpionart ist hier und der spuckt halt Gift.